Christkind Christkind Weihnachtsmann Weihnachtsmann Warum Christkind? Weil wir Österreicher sind Weihnachtsmann sieht schon viel cooler aus Bei uns machen wir beide eigentlich so Aber ich glaube Weihnachtsmann Christkind Christkind Warum? Weihnachtsmann haben wir schon Weihnachtsmann Fabi Bosch Passt für dich nicht ganz Weihnachtsmann Na ja, ist das der Sitter der Nicolo Nicolo ist am sechsten Das ist derselbe Wer wäre der beste Weihnachtsmann? Wen können wir am besten von der Mannschaft verkleiden? Verkleiden Verkleiden Aber er droht zu ihm Wahrscheinlich die beiden Jetzt hat er zu viel abgenommen Jetzt glaubt man es einem an Der Fabian Der Fabian Ja, der Fabi Ganz klar Gusti Stras Fabi Das ist der Fabi Was sonst? Gusti Stras ist deswegen Weil er Litauer ist Das heißt er kann extrem gut Geschenke besorgen Also ich weiß es Kebab oder Fabi 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 Das heißt er Ist das Ich wünsche mir